Hallöchen, hier der Nahlefeer und willkommen zurück bei The Dark and Cold, wo es heute geht hier zurück auf dem Dachboden, der mal so derbst ausgemistet werden muss. Die Tür ist von dem verschlossen. Ich muss schauen, wie ich da reinwarten. Karte habe ich übrigens. Also muss irgendwo ein zweiter Dachbeschlüsse sein. Not. Okay. Ist jetzt die Frage, wo ich den finde. Ob ich den hier oben finde. Ich weiß halt nicht. Ah, da geht's rein. Okay. Ich will da nicht rein. Ich habe nicht die Vermutung. Hier ist nur noch so ein zweiter Peter. Scheiße, ich will nicht. Und Puppen. Das macht's nicht besser. Ist da die Frage, wo du rumpimmelst. Boah, ich finde es echt heftig gerade. Super unangenehm. Super unangenehm. Super unangenehm. Super unangenehm. Da ist eine Tür. Da ist eine Ratte. Okay. 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 Da geht gar nichts. Ist aber irgendwie was. Hier noch am Boden. Oh nein. Können wir schon mal sagen. Ich gehe durch die Tür. Guck mal. Da kann er noch durch. Wo ich das eigentlich nicht will. Da ist noch eine. Battery. Oh shit. Das ist wie so eine Eruption hier. Scheiße. Ich gehe mal durch. Ich gucke mal was hinter der Tür ist. Der steckt fest. Ja geil. Okay. Also hier durch. Ich hab keinen Bock auf die Viecher. Bleibt ja sitzen. Ich sag's euch. Ja das ist das offensichtliche. Mit ihr. Mit der Batterie. Ja. 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 Steckt immer fest. Okay. Alter. Okay. Okay. Wir müssen ein Wägelchen schieben. Wie kann ich da hin? Nein. Na ja. Ja. Außen im Windrad lang, oder wie? Okay, dann guck ich noch mal. Wie ich da rüberkomme. Und ob ich da rüberkomme. Das ist hier durch, ne? Oder habe ich jetzt mit der Mutti hier was getriggert? Ah, da. Oh, Kind, ey, ganz im Ernst. Okay, das ist ein Puppen. So, nach oben. Oh, wo der sich auch durchquetscht, ne? Ganz im Ernst. Okay, aber hier ist erstmal nix so leck, ey. Es ist doch hier eine Scheiße. Kommt doch gleich irgendwas rumgehört. So, aber da ist nix. Da geht's durch. Ja, hinten dran ist auch nix. Ich schwör's dir, bleib sitzen da. Ey, das ist offensichtlich hier mit den Fickern. Ja, das war so klar, ne? Ja, das war so klar, Klaasbrühe. Danke, bleib sitzen. Ich war nicht wieder froh, dass das recht linear ist, das Spiel. Also, zumindest in dem Bereich jetzt des Spiels. Guck mal, da ist eine Tür. Steckt fest, natürlich. Die kleben alle fest. Von den Verschloss. Ja, geil. Ist das irgendwas? Ich bräuchte die Karte mal auch, ne? Ich bräuchte die Karte mal auch. Irgendwie mal so langsam. Aber sicher. Da ist nix. Also, muss ich hier unten durch. Alter, ey, es ist... Da sitzt da drüben noch ne Puppe. Ich wette. Die... ...kackt mir gleich ordentlich ins Müsli. Und not in the good way. Okay, da sind zwei. Aber noch keine Karte in sich. Aber noch einen Boxschlüssel. Die ist freigeschalten. Dann komme ich hier raus. Da liegt ein Schlüssel. Da ist ein Brief. Und die Küste. So, erstmal speichern. Bevor ich das hier... ...mir antue. Okay. Jetzt weiß ich, was für ein Geheimnis meine Frau versteckt. Sie ist eine Hexe. Jetzt ist alles klar. Ich verstehe, warum die Leute das Haus verlassen. Warum die Leute es nicht wagen, sich dem Haus zu nähren. Warum niemand zu mir kommt. Kommt? Nee, kommt. Ich bin sogar überzeugt, dass sie hinter dem zurückbleibt, was mir passiert ist. Ich werde immer kränker und meine Gesundheit wird nicht besser. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde sie aufhalten, auch wenn es mich das Leben kostet. Outwaring Atkinson. So, nehme ich erstmal hier den zweiten Dachwohnschlüssel. Gönnen. Auf jeden Fall. Und dann komme ich hier mal rein. Ein Luton ausmachen. 6 von 6. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich den verbrenne. Okay. Hier geht es runter. Ich vermute, das ist das Ding, wo ich dann beim Peter wieder rauskomme. Aber so lange ich ja das Licht dann hier, ne? Und so. Nicht einschalten. Kommt jetzt die Mutti echt jetzt auf mich. Okay, muss ich denn hier durch? Oh, leck. Oh, scheiße. Ich muss auf jeden Fall runter, ne? Ich hasse das, okay. Durch die Tür. Raus links den Gangrang. Links durch die Tür. Komm ich beim Dachboden raus und mir dem Uscherbrett runter. Die Tür. Die Tür. Ich bin jetzt falsch gelaufen, ich bin falsch gelaufen, ich bin noch ein Horst, ey. Oh, fuuuuck. Ey, meine Orientierung, ey, das ist zum Kotzen. Es ist echt zum Kotzen manchmal, ich hasse das. Okay, 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 okay. Jetzt bin ich hier, straight hoch, erste, zweite, ich glaub, dritte Tür von rechts. Jetzt kann ich das holen. Ich hab kein Tagesmann mehr. Mal gucken, ob das sinnvoll ist, was ich jetzt mach. Gut, also, runter in den Keller, das Teile hier holen, also hier das Artefakt. Wieder hochgehen, verbrennen und entweder komm ich dann hier durch die Tür und finde dann, vermute ich, den Schlüssel, den ich für den Bereich hier brauche. Irgendwie so wird das sein, ich hab keine Ahnung. Die Mutierplacken, kein Tagesmann. Aber vielleicht find ich ja noch einen. Gut, jetzt leise durch die Tür. Gegenüber die Tür. Okay. Warte, 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 das war jetzt. Wir haben noch eine Orientierung von aller Feindsten. Hey, was ist so furchtbar? Stimmt der Weide mehr der Ziegpeter. Wer ist denn da? Ist der noch hier? Oh, Peter, mein Peter. Zauberstab-Atefakt. Ich muss schnell verbrennen. Bevor die Mutier kommt. Ja. Aber wo? Hier jetzt scharf rechts. Hier jetzt scharf rechts. Ist der weißer Schlüssel. Ist der weißer Schlüssel? Super. Hier. Fuck. Wo war der Speicherort? Wo war der Speicherort? Zurück. Alles cool. Alles cool, 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 alles cool. Okay. Gutes. Gut. Wunderbar. Okay. So. Das heißt, ich kann es hier durch zu der mysteriösen Tür. Das heißt, ich gehe den Gang runter und dann direkt direkt die nächste rechts und straight durch. Ich hoffe, dass die Mutti mich im Ruhe lässt. Ich habe kein Ding, kein Talisman. So, gehen wir jetzt hier durch die Tür und dann die nächste direkt durch die Tür. Erstmal speichern. muss ich den ganzen Weg nicht noch mal rennen. . Ich habe ein bisschen , was ich bin. Ich habe ein bisschen hier in der Tür. Ich habe ein bisschen gegründet. Ich habe ein bisschen , was ich bin. Ich habe ein bisschen das ist. Und dann hier rein. Okay, was haben wir da? Oh, Alter. Okay, der saß. Ist das vielleicht das letzte Talisman? Kann das sein? Oder das letzte Zauber-Artefakt? Nun, ja. Wir müssen langer Weg wieder nach unten. Okay. Masken-Artefakt. Alter, 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 alter. Okay, also. Raus. Links den Gang runter. Treppe runter. Ich bin schon am ersten Flur. Was erzähle ich? Ich muss raus durch den Gang. Aus durch den Gang. Und dann irgendwie da hin. Okay, 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 okay. Alter, ey. Und ich verwein's hier. Kollege. Ach, Ben. Bin aus? Was? 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 Okay. Ich habe keine Spielkarte mehr. Die ganzen Siegel an den Türen sind weg, ne? Der steckt fest. Der steckt fest. Okay, das ist cool. Das ist mega gut. Die Räume switchen jetzt der Erbsen. Das finde ich geil. Ach, okay. Da jetzt nicht weiter. Ich muss zurück in den Keller, ne? Ich muss in den Keller, ich muss in den Keller. Ich habe jetzt diese fucking Maske auf. Okay. Okay. Jetzt rein. Okay. okay okay aber er speichert jetzt okay 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 mutti kommt ich jetzt rennen aber jetzt nix zum speichern war das jetzt so gewollt? ja oder alter was ist denn das hier alter mega ich feier das grad richtig da gehts nicht weiter ich glaub ich komm dem ende nahe auch nicht da macht er geschiss da macht er auch geschiss ich trau mich ja nicht mit zu gehen okay das heißt bei der tür und bei der tür macht er geschiss ich gehs mal in die mal gucken was passiert mal gucken 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 ich feier das grad ich feier das grad heftig mal gucken 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 ich find's gut dass ihr jetzt dermaßen oft speichert ok gut mal gucken mal gucken das ist glaub ich das Stück hier das dem Dachboden erinnert. Ich habe nach wie vor keine Karte. Boah, es ist gerade echt mega spannend. Jetzt bin ich wieder auf dem Dachboden. Der steckt fest. Oh, ich muss jetzt gegen jedes Monster hier noch mal antreten, oder was? Oh, der schlug, oh ne. Ich habe keine Ahnung von wo der kommt. Oh, der schlug, oh ne. Oh, der schlug, oh ne. Das ist ja das Viech aus dem Keller. Das Scarecrow, Sigi. Ah, alle Klärchen. Oh fuck, wie war das jetzt mal? Wie kam ich denn jetzt noch mal? Ich hatte ja hier die ganzen Wege so weit frei, ne? Das hier ist ein Dead End. Ach, das war der Raum, wo ich den gefangen habe, ne? Aber wenn der jetzt hier hinten ist... Ich habe keinen Stein jetzt. Hierdurch, vielleicht. Nein. Oh, ich hasse was. ... Was hat auch noch etwas? Das war... Ja, ich kann auch noch etwas. Es geht einfach mal. Neh, ja. Jetzt geht's mal. Oh, was ich… Oh, da ist der Zwei. Oh, da sind Zwei. Echt jetzt. Alter. Okay, oh, leck. Oh, shit. Wenn ich hier durchgehe, kommt er. Ich muss hier rein. Und ich muss da durch. Okay, lass mal gucken, wo ich. Okay, ich komme hier raus, wenn ich jetzt da reingekomme, der. Da kommt da auch ein Schiss. Da ist hier das. Das ist echt schnell zu Fuß, der Gute. Okay, da ist Ziffel da vorne rum. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Das ist gut, okay. Da ist ein zweiter, da ist ein Rüder. Oh, leck. Ja toll. Ich weiß nicht, kann ich nicht da rein. Ich weiß nicht, es ist ein Rüder. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, es ist ein Rüder. Ach, Kinders. Komm auf, hier. Ich weiß nicht, es ist ein Rüder. 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 er macht das super speicher bitte ich kann ja alle öffnen ok ich habe aber keine oder finde ich alle zum gleichen Ziel ich nehme mal die erste 1, ok, 2 das war falsch, also ich muss hier eine bestimmte Reihenfolge ablaufen ok, also 1 und 3 1, 2, mache ich 2 also 1, 3, 4, 2 ok 1 was für mich jetzt geil ist, das ist ein bisschen was hier von PT hat es ein bisschen von Layers of Fear die nächste oh, das hat geil oh, es ist so gut oh, es ist so gut ey, was ist das für eine Bude aber es ist ja es ist so pizza, es ist so gut hä ich muss jetzt da runter hüpfen echt jetzt da komme ich zu der Türe und echt jetzt sofort oh, Junge da ist jetzt ist die da oder die hier Bitte speichern. Spiele. Das wäre cool. Jetzt bin ich wieder hier. Die Puppen sind weg. Aber er speichert. Das ist gut. So. Hier zwei Türen. Die ist stuck. Die nicht. Jetzt bin ich hier in dem Raum. Die geht nicht. Okay. Okay. Alter. Auch nicht. 1. 1. 2. 3. 1, 2, 3, 4. Aber mir fällt gerade auf. Ich habe gerade hier Fett Infinite. Und Taschen mit Licht. Okay, ist mal jeder. Ich werde safe hier stehen. Wie passt das? Träume. Träume. Das Glück, das war. Tür steckt fest. Boah, geil. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Tür steckt fest. Boah, ich finde das so geil. Ich finde das so gut. Ah, da. Scheiße. Scheiße. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Was? Und jetzt? Und jetzt hoch mit dir. What on earth is going on here? Oh! 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 Muss ich hier weiter? okay stark okay und jetzt da lang hinten ist die Tür, okay alter, er ist bewege ich mich einfach weiter nach oben oder ist das random ich muss zu der Tür dahinten okay okay und wie es hier weiter geht das will ich auch nicht wissen Puppen na du, High Five Tür steckt fest okay ich muss da durch muss ich durchs Licht Tür steckt fest mach auf, mach auf ich habe keine Ahnung wie lange was instinktiv ist glaube ich richtig ach oh shit oh shit Das ist so gut. Okay, warte mal. Hier ist ein Uhrenrätsel. Damit hier eine Tür erscheint, vermute ich. Was haben wir denn hier? Ich habe noch irgendeinen Hinweis. Ich drehe die mal alle hier. Ah ja. Auf 12, okay. Oh, da vorne ist hier die Flashlight Disco. Alter, wo bin ich denn jetzt schon? Nee, das ist... Jetzt hier. Ich muss da wieder runterspringen. Oh ja, okay, 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 okay. Ich bin hier. U, A, I, A, U. A, U, A, I. Muss ich hier durch? Nein? Da muss ich wahrscheinlich da durch. Nein, ich muss... Oh Gott, ich muss nach da hinten. Boah, Alter. Wieder so ein Balanceheimer. Oh, Junge. Komantisch hier. Das ist ja... Speichert. Oh Gott, das ist ja sehr romantisch, hey. Und Kerzenlicht, ja, da freue ich mich. Oh Gott. Da unten. Das ist die schwarze Tür. Können wir was machen noch? Nee, okay. Und viele andere Türen. Die ist verschlossen. Der hat auch einen Riegel, aber die beiden haben keinen Riegel. Die kann ich... Nicht öffnen. Oh, Leck. Ey, was ist denn hier jetzt noch? Oh, Leck. Oh, Leck. Ey, was ist denn hier jetzt noch? Das ist noch länger als ich dachte. Das ist noch länger als ich dachte. Ne? Ja. Das ist noch länger als ich dachte. Da muss ich mehrere hier gedrücken. Da freu ich mich an. Ich hasse was. Ich hasse was. Ich hab mir jetzt angeschissen. Mir schüttelt. Wo ist sie? Da. Komm ich jetzt durch? Bitte, 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 bitte. Ja, aber noch nicht. Jetzt müssen wir nur noch ein dritter Hebel sein. Ich hab keine Ahnung. Das ist so furchtbar. Ich hasse das. Ich hasse was. Das ist so furchtbar. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, wo ich hin lauf, ich hab keine Ahnung, wo ich hin lauf. Bitte, 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 lass dich offen sein. Was ist das? So sagt man die auch. Ja und jetzt? Ist da hier die Mutti? Ähm, Ma'am? Das ist Miss Atkinson's Body. Sleeping Beauty. Ja, du? Und jetzt? Was mache ich jetzt damit? Was sagt mir das jetzt? Ich kann ja nichts mehr machen. Ich weiß nicht, wie groß ist dieses Haushälger zum Erd. Hey, Miss Atkinson, ich würde gerne hier raus. Ähm, ja, irgendwie. Ist zu. Verdammt. So, irgendwas muss ich mit der Mutti machen. Ich habe keine Ahnung was. Ist Atkinson? Was machen wir jetzt mit der? Ich bin da eingesperrt mit einer Weiche. Das ist nicht cool. So, das war eine Visier. Was kann man hier machen? Hier sind Särge. Die sind beleuchtet. Aber das bringt mir so auch nichts. Ah, da ist ein Hebel. Okay. Okay, da geht's runter. Und wie es weitergeht, das erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin. Alles gut. Bleibt gesund. Und ciao. 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 Ciao.